So, neulter Video von mir diesmal Wie wir hier ins Hub reinschwerfen 1 vs 1 mit Lenny Äh, Shih Tzu hab ich gefragt, aber der ist halt inaktiv Hat der selber gesagt Ja Raichu könnte mir noch 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 Ja, sag ich ja auch Aber Shih Tzu ist zu faul Um das selbst hochzuladen Haha, richtiger Schütze Der ist schon zu faul für die Game Clips, Digga Ey, frag bitte Raichu Raichu könnte mir noch fragen Uff, goddamn Habe ich einmal aus den Code Shih Tzu noch dabei mitgeschlagen, Digga Ja Das Ding ist immer wenn ich auf, äh, Digga Das soll jetzt echt keine Ausgabe sein Immer wenn ich auf, äh, hier Normalspieler habe ich ja 144 Hez, ne Wenn ich OBS anhab, automatisch auf 60 Hez runterskaliert, ne Und, äh, die, hier Lenny, du hast auch 144 Hez Du weißt safe, was das für ein Unterschied ist Das wäre so Normalerweise 140 spielt und dann auf einmal wieder so 60 Alter, das sieht so unflüssig bei mir aus, ne Aber dafür sind die Aufnahmesettings halt doch Das ist super, Alter Ey, Junge, gomme pie Ich meine, Leute Gebt euch Ich meine, Leute, gebt euch mal die Aufnahmesettings, Alter Lenni, warte, ich send dir mal den Discord-Aft von Hä, lol, der hat nicht besucht, what the fuck Äh Oh Gott Alter, nee, Digga, das, das seh ich jetzt nicht ein Ja, ja Ja Gomme piegel Jetzt tut doch mal Vor allem, Lenny, wie du diesen Übergang gemacht hast von dem Was hat er da für ein Übergang gemacht? Ja, musst du dir mal anschauen, das, das Video geht unter 30 Sekunden, das ist absolut Was hat er da für ein Übergang gemacht? Oh Gott 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 Ich hab dran Ich hab keinen Bock Schgli, ich hab keinen Bock diese 3 Subs loze refill Alter Ich hab neebe mir K burner Junge, schub doch, schub doch, schub doch! Ja? Komm, 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 komm! Er passt nicht. Oh, Junge! Zwei Suchs, Alter! Genau, tschüss, Dungs! F7 warst du? Digger, wieso...